Ich bin auch zehnmal so dumm bin ich gescheit, das kann auch nicht sein. Das ist auch keine versteckte Türe. Was finden diese 14 Golds, äh, äh, 14, äh, Gerälen? Vielleicht... Nee... Ah, ich hab's, glaub ich, gefunden. Ja, ich hab's gefunden, genau die 14. Ich hab's, glaub ich, gekocht. Verdammt. Jaaaay... Alles von allem, oder? Bestand. Heißkabel gibt es keine... Wahrscheinlich nicht. ich bin und ich bin die in die Küche das in den Panzer verloren hat und das ist schlau ist könnte durchsuchen Do 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 do. Wuuuuh, ich büß da ein paar P Senate. Was soll denn? Noch störe ich euren... ...Woodie-Trip! Jawohl einfach... Ehhhh... Dodge... Wir machen was. ...das wird ja auch noch Audio machen... Oh, was ist das? Ichops simplemente um den Hящ zu legen... ...mal probieren... ... Labourisse... ...ỗi CDU...? Dann haben wir ja unser nächstes Level gepumpten. Autsch. Helft Level 1. Weltwunder? Fragezeichen? Sooo. Betrockneter Canyon. Außer Tüte. Mogelpackung. So. Wieder Mucke. Sooo. Das erste, was wir machen, ist hier lang und da mal nichts. Ne, auch eine super mega... Versteckte. Gedeckt 10. Uh, amatheber? Ja, sind ziemlich freilich. Autsch. Autsch. Hoffentlich gibt's hier wieder irgendwelche... ...Kengugu-Hasen. ...Kengugu-Hasen. Ich hab ihn schon gesehen und ich denk ihn auch nur auf Kante. Ja, Kengugu-Hasen. Gibt's auch 400, ne? Ja. Ah, das ist ja wunderbar. Ich seh auch hier ist ein Ei. Von dem einen Eier... ...kir umhäut, ne? Nuh, 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 nuh. Ideen. So, Leute. Ich muss nochmal verdammt da nennen. Nachtsfall auf einmal ist wohl schwer. Was soll der alte Conan sagen? Danke, dass du mich befreit hast. Bitte sehr. So. Monitionsverschwendung. Alter, Monitionsverschwendung. Alter. Alter. Voll unbezulich von hier. Boah. Man geht zu und schleudert sind nicht. So, das ist doch noch ein Moment. So, aber da muss ich jetzt hoch. Hier gezogen, dann geht man hoch. So. So, Grosch. Boah, Grosch. Boah, Boah. 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 da ist eine leiter kann ich ja auch ruhig was du hast was da ist das ende hier komme ich auch Genau so... Auaaa! Genau so so... Ich glaube, er ist nie... Verdammt! Hab ich schon erlebt, dass zwei auf einmal... ...gelebt ist? Schon wieder so'n Schleudertyp... Oh... Sooo... Hopp, hopp! Gegrillt... Gegrillt... Geschleudert! Boah, was ist denn das für eine riesen... ...eckige Spiel? Nein! Oh... Oh... Er ist ja... Steinreuth... ...Ivor... ...und diesen... Bist du der Spyro? Bist du der junge Drache, von dem ich schon so viel gehört habe? Schon als du noch eine ganz kleine Rauchwolke warst, wussten wir... Was? Ach nichts! Ich bin doch auch nicht so besonders... Naja... Da... ...und dann versteht er... ... Heart rate... ... mithelten... ... und ich bin doch gar nicht... ... und... Bum, 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 bum Bum, bum, bum Nein, ach, ach nee c Oop, bum, bum, bum Trin? Na, ok Es ist hier ein Klingem zu gewinnen so ein Hasen im Kennenhen habe ich auch noch nicht gesehen wer aber warum sie nicht sehen ich habe hier eine Schlüssel verdammt so ich glaube ich habe keinen Schlüssel egal, dann hat er nicht erst hier drin ich habe hier schon klug hier war ich ja auch schon neben 25 nach oben 25 lebt das wäre schwierig 25 ich mobile die 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 weil ich nicht mehr naja können wir uns hier noch ein bisschen Butter mitnehmen, Schwerterlinge sind ja mehr näher nach Abzug, wenn sie rosa, rosa Held sind. Moment mal. Ich möchte von mir da durch da filmen, aber was war doch jetzt nicht alles hier? Das glaube ich irgendwie nicht. Was ist das denn alles hier? Ich meine, da einen komm ich auch so. So erzählen trage ich eigentlich gar nicht. Hm. Gehe ich nochmal hier lang, vielleicht ist da ja noch was. So, das olvid ich weiß jetzt doch. Rogue Tadam bouche. Nööö. Wie ist denn der Schlüssel? Gehe ich mir hier hier hin? Guck, ob ich den sieht. Jo, was gilt denn noch. 45 hat Talommen? Tache. Ja, das heißt doch, dass ich hier irgendwie noch einen Daumen... ...verpasste... ...rei einen Dachen... ...übersehen, Naar, ach, da ist er gut. Oder sollte ich so? nicht reicht nur das geht ja nicht nur dann weiß ich ja jetzt so eine schüsse liegt er ja auch Boah, boah!